Moin ihr Lieben, grüßt euch. Ich möchte euch heute von Solar das P1 New Weather Pod vorstellen. Das ist die normale Variante, es gibt auch noch die größere Euro Variante, aber wir haben hier heute die Standard Variante und die will ich euch gleich einmal näher bringen. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal! 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 Die Buzzer Bars werden wie bei Solar bewährt vorne und hinten jeweils mit zwei Rennenschrauben fixiert. Die einzelnen Uprights können jeweils mit einer gesicherten Schraube aufgestellt, wie auch für den Transport in Flucht zu den Mainbars fixiert werden. Das Solar Universal Pod vereint alle Features sämtlicher bisherigen Solar Rod Pods und setzt damit nochmal einen in Sachen Maßstäbe obendrauf. Das Universal Pod bringt 4,4 Kilo auf die Waage. Die doppelte Mainbar ist zwischen 56 bis 95 cm verstellbar. Die Universal Pods werden bereits mit den nagelneuen P1 Captive & The Drift Bank Sticks ausgeliefert, welche wirklich für härteste Bödenarten geeignet sind. Der Verstellmechanismus wird wieder mit einem kleinen Rädchen gesichert. In der hochwertigen und gut gepolterten Tasche finden neben dem Universal Pod auch noch fertig montierte Buzzer Bars Platz sowie Hänger und Zwänger in der Extratasche in der Mitte. Da ist es, wir sehen uns aus am nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.